Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Baub. Die Gemeinde Baub ist die Zentrumsgemeinde im Süden von Stadt Bär, an bester Lage gelegen und Baub ist der Ort, der ganz viel vor Ort zu bieten hat. Von Gewerbe, Dienstleistung, Wohnen, Arbeitsplätze, Erholung, beste Verkehrslage, all das macht Baub aus. Und Baub, das ist der Ort, der noch ganz viel vorhat. Baub verbindet in einzigartiger Weise die Vorzüge einer ländlichen Prägung und der damit verbundenen Lebensqualität. Mit der Dynamik einer weltverbundenen, wirtschaftlich starken und vorwärtsschauenden Gemeinde. Baub ist mit privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln ausgezeichnet erreichbar. Dafür sorgen der Anschluss an die Autobahn A6, die beiden S-Bahnhöfe und das Busverkehrsnetz. Weit über die Region hinaus bekannt ist der Flughafen Baub. Baub ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Rund 450 Firmen aus Industrie und Gewerbe sind hier zu Hause. Vom Kleinbetrieb über mittelständische bis hin zu international eingebundenen Filialen von Großkonzernen. Baub verfügt über ein starkes Gewerbe in allen Branchen. Mit seinen Detailisten und Fachgeschäften ist Baub auch das Shoppingziel für die Region. Hier findet man alles und in bester Qualität. Für ein breites Spektrum an Dienstleistungen findet man in Baub den professionellen Partner. Auch Punkte Gastronomie müssen dank des breit gefächerten Angebots keine Wünsche offen bleiben. Essen und Genießen sind in Baub hoch im Kurs. Baubs legendäre Lebensqualität basiert auf der Einbettung in das umliegende Naherholungsgebiet. Baub verfügt mit der Aare-Auenlandschaft über allen in der Schweiz einzigartiges Naturschutzgebiet. Zur Baub-Ball-Lebensqualität tragen auch die vielfältigen kulturellen und sportlichen Aktivitäten bei. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die ausgezeichnete Infrastruktur. Für die über 60 aktiven Vereine stehen verschiedene Anlagen zur Verfügung. Größter Verein ist der FC Baub. Kindergarten und obligatorische Schulen können im Ort besucht werden. Auch für die Kranken und Senioren ist im Spital und im Altersheim Baub sowie mit dem Wohnheim Baub gesorgt. BELB ist in seiner ganzen Vielfalt für Sie da. BELB ist dynamisch und wird laufend durch Zukunftsprojekte geprägt. Haben wir euch lustig machen können? Dann freuen wir uns auf euch. Sei es für einen Besuch, für einen Einkauf oder sogar zum Bleiben. Herzlich willkommen bei uns! BELB ist ein Thema. BELB ist ein Thema. BELB ist ein Thema für Sieg. BELB ist ein Thema für Sieg.